Hallo Freunde des guten Geschmacks, die Sketche-Sylvie ist back! Yes! Womit habe ich meinen Channel hier angefangen? Sketche! Und was habe ich eigentlich immer am liebsten gemacht? Oh, Sketche! Und genau deswegen starten wir heute auch wieder damit. Für mehr Sketche dürft ihr gerne mal einen Daumen nach oben dalassen. Heute geht es um Netflix und wenn Netflix ein Mensch wäre, dann hätte wohl alles so angefangen. Hallo, ich bin Netflix und ich kann dir unendlich vielen Spaß mit Serien und Filmen bieten. Darf ich rein? Ich bin auch im ersten Monat kostenlos. Ja, komm rein. Oh Mann. Ja, war echt eine coole erste Staffel. So eine Netflix-Auszeit hat mir wahrscheinlich doch ganz gut getan. Schau mal, ich habe ja noch was für dich, das wirst du auch sicherlich mögen. Vampire Diaries. Oh, du ne, echt nicht. Früher haben das immer alle geschaut und ich stehe halt einfach nicht so auf Vampire-Zeug. Ja, aber du hast eine 89%ige Übereinstimmung. Das muss dir gefallen. 89%? Wirklich? Okay, dann eine Folge. Nur eine. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Die nächste Folge beginnt in zehn Sekunden, neun Sekunden, acht Sekunden, sieben Sekunden, sechs Sekunden, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde. Hä? Möchtest du diese Serie bewerten? Ja, eigentlich kann man die schon als gut bewerten. Möchtest du diese Serie in eine Liste einfügen? Ja, ich will sie in meiner Liste haben. Ja, ich bin jetzt süchtig. Danke, Netflix. Okay, mega cool. Also heute Abend, 21 Uhr, Hausparty bei dir. Hm, hm. Ich glaube, ich kann doch nicht heute Abend. Du hast mich vielleicht erschreckt. Hi. Mann, ey. Ich kann gerade wirklich nicht. Ich muss gerade was erledigen. Das muss ich wirklich fertig machen. Ach, komm schon. Die neue Staffel von Riverdale ist seit gestern draußen. Bitte? Dieses Mal nicht. Du willst es doch auch. Nein, werde ich sicherlich nicht. Möchtest du von anderen im Internet gespoilert werden? Verpasse ja nicht die neueste Folge Riverdale auf Netflix, bevor dich andere hier spoilern. Ja, okay. Ich schau sie ja schon. Hey. Möchtest du noch weiterkommen? Ja, natürlich schau ich das noch. Ich sitz doch hier. Sorry, ich kümmere mich halt um dich. Es ist Anfang des Monats. Boah, ey. Jeden Monat willst du Kohle von mir. Danke. Hey, wo gehst du hin? Ich möchte rausgehen, mich mit Freunden treffen. Auf dich warten sechs neue Serien und zehn neue Filme. Du kannst dich jetzt nicht mit Freunden treffen. Mein soziales Leben ist nicht mehr vorhanden. Ja. Ja, sehr toll. Ist das dein Ernst? Ihr beide? Äh, es ist nicht so, wie es aussieht. Lass dir halt auch mal andere frei halten. Pah, ich bitte dich. Ich muss nicht dein System in meins einbauen, damit Leute mich überhaupt verwenden. Ach, komm schon. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft gerne auch den Kanal hier abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier verlinke ich euch mal zwei weitere Sketche, da könnt ihr weiterschauen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschö. Tschö.